hallo liebe freunde da sind wir wieder zu einer neuen folge eelsbach ja ich stehe mit bernd mani im regen wir haben jetzt eine neue zufahrt geplant und alles und ja auch mal dass das recht teuer wird schön günstig wird dann und dann geht das eingang wow müsstest gerade einen kleinen eingang auf deinem konto haben ja ja das ist ja nicht danke aber jetzt gerade eben der blitzüberweis im angeordnet ja ja ich habe auch dein deckel bezahlt gestern aber dass du das so schneiden so akkurat und noch ein bisschen dringend draufgelegt dass das ja also ich würde sagen wir gehen wir noch zurück genau gleichen aus bis auf dem arsch ja nicht nur durch ich auch ja aber du hast den vorteil du hast die alten lampen probiert die auf verkauft sie für neue weiß ich mache neues gehäuse das merkt daran habe ich das jetzt richtig verstanden mit millionen ja also wir schauen sehen zu dass wir die zwei voll kriegen oder er zwei mille voll auf jeden fall ja ok da bin ich auch für wir wollen dann ja nicht das komplette geld aus der tasche ziehen aber gutes teil wir brauchen uns jetzt nicht so viel gedanken machen der hat mein alter am hals was wir nehmen daraus ziehen zieht die bingung raus die stand allerdings ja ich meine sie mag es ja so schicke und so muss ja mega viel geld kosten genau wenn das das läuft das wird schon auf jeden fall ich lasse ich dann mal mit dem andy allein hier und wie gesagt immer schön teuer machen ja auf jeden fall ja bitte mich gerade noch was eingefallen ja ich würde alles klar ich würde gerne noch einen schönen sound an drumherum haben mit einem tor was was sozusagen geschlossen werden kann naja möchten sie mit automatischen schranken haben oder mit manuellen automatisch für cool ok hey andy ist kunsthaft mit schlagbaum oder oder schiebe tor so schiebe tor bitte ok alles klar ja 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 hier ist los also los männer aber er macht noch den verkäufer verkäufer ich denke er kommt gleich er gibt mir cool aus jetzt ja aber wir machen du mit dem ball ist das dauert noch ein bisschen da müssen wir gucken kein problem ich weiß mal so wird wirklich und ihm die mit werbt dann ja mal andere was er kommt heute nicht muss das machen wir auch ja danke immer es los ne jr tschüss auf geht's aber schön teuer machen da nicht nur vom bruder leiden so die haare drückt dann wirklich noch die milch ab dann gehen wir noch ein bisschen zimmerbreit Oh, es gibt einen Donner. So, die werden wir jetzt abgehauen. Mal gucken, was die Milch hier bringt. Will ich da vielleicht da mitfahren? Ich hatte doch mal so einen... Nee, ist weg. Glück, da habe ich keinen mehr. Nee. Egal, fahren wir jetzt gar nicht. Ja. So, das muss ich dann noch holen. Und Milch wird er wohl auch noch haben. Dann kommt ich schon mal so ein Lohnsatz ab. Ja, dann bringe ich in der Pärche was vorbei. Ja, hallo? Eier hier. Jo, ich bin auf dem Weg. Hä? Wunderbar. Ja. Ja, aber ich habe nur den Tanker jetzt dabei, ne? Ich kann ja nicht beides fahren. Nee, nee, ist schon gut. Alles klar. Bis gleich. Ich bin auf deinem Hof jetzt gleich. Bist du da? Hm. So, gucken wir mal, was wir dafür geben können jetzt. Äh, Quatsch. Ähm, na 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 na. Was machen wir denn da? Machen wir denn hier die Milch. Äh, 500. 500. Es gehen rein. 21. Und drin. Und drin. Ludwig! 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 Macht er denn? Ludwig! Hallihallo! Hallo! Und doch! Und doch! 25 haben wir. Jo! Äh, du... 10,5. Äh, 21. Äh, 10,2. Was? Was haben wir noch mal gemacht? Für Taunenditer will ich? 500. 100. 100? 500! Wir können auch 100 machen. Nein, nein. Mach mal 600. Nee, nee. Was? Ich krieg hier, wenn ich bei Raiffeisenmarkt, wenn ich die bestelle, dann krieg ich knapp, äh, 860. Ja, dann musst du dann erstmal einen Eckeweg kaufen. Du musst die Lizenz haben. Und einen Tanker. Und die bezahlst du dann ab. Und dann siehst du, was du noch üblich hast. Nee, 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 nee. Das habe ich ja immer so gemacht. Das kriegst du dich auf? Du kriegst ja noch für, wenn deine Fahrzeuge so teuer werden. Ja, macht das so. Ja, hab ich schon. Hast du schon bewiesen? Ja, klar. Ja. Warum hat denn dein Assidant immer die Rundenleuchte an? Meinen, der wird übersehen hier, oder was? Das haben wir euch ja nicht. Naja, ich kümmer, ob schon mich wurde, hab da bringe ich ja noch, ne? Ja, aber... Ja, so ein Kipper voll. Ja, 20.000 oder so, ne? Ja. Okay. Kannst du vor dir reinkippen, ne? Ja, ja, mach ich. Servus. Servus. Sag mal. Du warst du beim Melo, oder? Ja. Ja. Und nun? Das wie könnte ich erwartet, hat der Ding erzählt dir. Ja, ich will was anderes erleben. Ja, das stimmt. Hier bist du genau richtig, hier lebst du bestimmt was. Hoffe ich mal. Ja, auf jeden Fall. Mach's gut. Ciao. Ciao. Auf geht's. Auf geht's mit. Das Ding ist ja irgendwo voll. Das war's. Das war's. Das war's. So. So, das ist leer hier, liebe Lore. So. 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 12.000 ja ja 12.000 krieg ich 20.000 mich oder 600 die tausend ja läuft der kollege darum ja ja sag ich mir dass er doch nicht mehr überweisen ja ich bin ich wieder unterwegs hier ich bin im werk gefahren in der 1000 mal oder käme ich noch express zu start auf normalerweise die erste deine aufschlag danke firma dank so gut mit dem freunde kohle eingesorgt alles paletti wenn es gefallen hat lassen däumchen dann aber während räumchen wenn wir uns reden wollen kommen im team spiel vorbei die nummer findet in der video beschreibung und denkt dran sonntags abend nicht ja ja